Es ist die weltgrößte Kartbahn, das heißt, die kommt jetzt ins Guinness Buch der Rekorde? Noch auf jeden Fall. Wir bieten hier Rennsport oder Fahrspaß auf drei möglichen Rennstrecken. Die Gesamtlänge ist eineinhalb Kilometer und das Ganze auf vier Ebenen offen gestaltet, wie man im Hintergrund vielleicht sehen kann. Also das gibt es noch nirgends wo. Es ist ein ganz tolles Erlebnis zum Kartfahren. Die Elektro-Kartfahren ist eine unheimlich tolle Sache. Auch für Jugendliche ab acht Jahren können die hier schon Kartsport oder Rennsport genießen. Wir haben uns überlegt, Rahmenprogramm zu entwickeln, wie Bowling, wie Indoor-Mini-Golfplatz, Systemgastronomie, Erlebnisgastronomie. Am Wochenende ist es so, dass hier ganze Familien sind. Machen Machen Diese Karts lassen sich modifizieren, jetzt nicht erschrecken, ein Kart anhört wie ein Pferd, wie eine Kutsche oder wie ein Formel 1 oder V8 Wagen, das kann man alles einspielen. Und wie schnell geht's? Wir haben jetzt die Karts auf die Strecke abgestimmt. Ich würde mal sagen zwischen 50 und 60 Stundenkilometer erreicht man Höchstgeschwindigkeit. Diese Karts lassen sich abstimmen, je nach Kurs. Wir werden das jetzt mal testen die nächsten Wochen, ob das auch die perfekte Einstellung ist, weil es geht darum, dass die Cracks hier Spaß haben, sondern auch die Anfänger, die das erste Mal drin sitzen oder vielleicht auch Cracks werden wollen, Spaß haben. 95.5 Charivari München Citradio 100% München 100% Musik von heute